Und willkommen zurück bei Let's Play The Last of Us. Wir sind hier noch in der Kanalisation. Auf dem Weg zum Funkturm, wo es ja angeblich tonnenweise Zeug gibt. Und wir irgendwie Kontakt mit den Fireflies aufnehmen können. Wui, Kram. Gut, dass ich das noch gemacht habe. Oh, da ist schon wieder. Da ist schon wieder. Komm. Na los, Halley. Na also, sehr schlau. Tja, so bin ich. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Hippi. Wie nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Was haben wir jetzt? Du Scheiße. Das ist jetzt ein Witz, oder? Wie komme ich da jetzt hoch? Hilf mir mal, Alter. Alter Verwalter, hilf mir mal. Oh, Grafikfehler. Böser Grafikfehler. Ich würde sagen, jetzt war ich beeindruckend. Wir sind schon Profis darin. Da macht das Knatterding wieder aus. Lassen wir es halt an. Wupp. Hier läuft man auch schnell dran vorbei. Yay. Werkzeugstufe 3. Werkzeugstufe 3. Aber ich habe da gar nicht so eine Werkbank oder so. Mhm. 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 Eine Alarmanlage. Ich kann ja nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. House Rules. Important. Please read. Schau. Run to hiding spot when you hear the alarm. Okay. Oh. Cooler Scheiß. Was ist das denn? BTF? Shorty? Wie cool ist das denn? Der Schildgang. Nur für. Kurz. Zur Distanzen. Bombenvermessern. Hey Sam. Henry. Hast du das gesehen? Alles voll. Da geht es raus irgendwie. Baby. Okay. Hier geht es nicht weiter. Weg da. Wo ist denn wohl der Hiding Spot? Nee. Von hier bin ich willkommen. Da muss ich jetzt da lang. Nee. Hä? Moment. Da muss ich jetzt da lang. Oh. Ah. Oh. 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 Du springst einfach mal direkt ins Messer, ne? Oh nein, ich will eine Tja, wir wissen wohl, was mit ihm passiert ist Dem Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot Wir gehen weiter Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt Fraglich, ich weiß Oh, 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 oh Irgendwas dabei gab, irgendwas nützliches? Wahrscheinlich nicht, ne? So, da geht's weiter Hier geht's Aufweiten Hier ist eine Kammer mit Kram Oh, hoffentlich ist das nicht isch Gut, gibt's nichts Aber jetzt möchte man natürlich wissen, was aus isch geworden ist, ne? Oh je Äh Seinen speziellen Hackbraten isch Moment mal Möcht man mal sehen Oh, mit Smileys Hihihi Okay Ich hoffe mal nicht, dass das isch ist Oder war Oh ja, cool Einfallsreich muss man sein, um zu überleben Okay, vielleicht war auch einer von denen isch Werden es vielleicht nie erfahren Ich kann jetzt erstmal weiter Hm, Käferchen Oh, die hauen erst ab, wenn man sie anleuchtet Sehr schön Schönes Gimmick Oh, Kram Weg da, Ellie Oh nein, ist das isch? Oh je Wir sind gefangen Wahrscheinlich sind alle tot Einige von den Kleinen sind bei mir Die Infiziten stehen vor unserer Tür Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten Wenn ich und die anderen im Leben sind Können sie uns vielleicht erreichen Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun, Kyle Ach du Kacke Himmel Oh nein Oh mein Gott Er hat sie alle umgebracht Ach du Scheiße Oh, Bücher Oh Mann Sowas ist doch scheiße Es gibt immer eine andere Wahl Mann ey Das kotzt mich an Feigling So, eine Werkbank Wäre jetzt mal ganz schön Ich glaube, ich habe wieder einiges an Krams Änjöfungen Änjöfungen vor allen Dingen Oh Mann ey Harter Tobak Teilweise schon recht harter Tobak Hey, ob es hier raus geht? Kann sein Aber da kommt man nicht hoch Vielleicht kommt man noch einmal dahin Oh Mann ey 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 Das ist seltsam. Ja. Ich weiß. Das Ding bewegt sich nicht. Dann weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Was? Hör wieder auf. Los. Ach, du Köpfe. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Na gut, Dicker. Dann wir beide jetzt. Was? Sag sowas nicht. Oh, schön. Ach, du Kacke. Ich zünd mich einfach selber an. Komm, lad nach. Du Scheiße. Sollst du es einsammeln? Ach, du Kacke. Na, komm her. Ah. Schlag doch zu. Warum schlägst du denn nicht zu? Komm. Ich renne einfach. Einfach rennen. Hoch mit dir. Oh Mann ey. Wieso funktioniert das denn gerade nicht? Ich weiß es nicht. Irgendwas geht hier gerade. Möchtest du in die Lose? Scheiße. Ah. Nimm's auf. Woa. Wow. Oh no! Oh Mann, lauf! Lauf einfach jetzt, lauf! Ja, ist ja gut. Boah, scheiß'n Dreck, ey! Wieso leuchten die so komisch? Meine Güte, das war jetzt aber ein Hackmack. Entschuldigung, ich habe auch nichts gesagt, weil ich so angespannt war. So, jetzt können wir uns ja in Ruhe umgucken. Hoffe ich. Voll, voll, voll. Moment, dann gucken wir doch mal, ob wir was basteln können, ne? Zum Beispiel. Und ich glaube, ich kann auch direkt mal eins davon benutzen, oder? Wieso wird mein Lebensbalken nicht mehr angezeigt? Kann mir das mal einer verraten? Äh, ne, meiner ist besser noch. Huch. Voll. Okay, keine Ahnung. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Da ist noch was. Ich habe alles voll. Ich benutze, ich sollte mal öfter so Sachen benutzen, wie die, wie so eine Sprengbombe und so. Hm, 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 hm. Ich laufe im Kreis. Huch, was ist das denn hier? Dann liegt da einer, kann man aber nichts einsammeln. Hier liegt keiner. Kann man aber auch nichts einsammeln. Hm. Wie die denn hier? Hm. Hm. Wie er mocht. Ah. Ach du Schande. Kleine Kinderstube hier. Tja. Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Eine Unachtsamkeit und man ist echt im Arsch. Warte, wie komme ich denn da hin? Natürlich haben sie sowas nicht verdient. Wer hat sowas schon verdient? Ah, Kram. Besser mal mit einer Werkbank hier. Ah. Eine Werkbank wäre schon was Feines. Ich habe, glaube ich, genug Kram, um mir wieder das ein oder andere nette Gimmick zu basteln. Hm. Hm. Ach ja. Und da klickern wir noch hoch. Mach schon. Ah. Na bitte. Gut gemacht. Ach so. Was, den lobst du und Elli nicht? Na, los. Bitte. Er ist durchgekrochen. Er ist was? Er ist was? Ich zuerst, ich zuerst. Höre. Äh. Was soll das sein? Achso. Okay. Ich muss Sachen führen, ich muss Sachen. Ja, Moment. Er ist ja gut. Ich kann durch das Fenster. Mach von der anderen Seite auf. Mach schnell. Na los, du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Ich komme klar. Komm schon, los. Ach du Scheiße. 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 Woa, 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 bloß weg hier. Mach los! Los, los! Ui! Da wird es weiter ein bisschen. Wo willst du heute denn wissen? Ich sehe hier keinen Turm. So, aber ich mache jetzt hier Schluss. Das war echt knapp, hä? Ich mache jetzt hier Schluss. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Da lasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo. Ich würde mich freuen und sage, bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Last of Us. Bis dann. Tschüss.